Es geht noch einmal gleich aus. So. Super jetzt. Probiert das noch einmal mit dieser Schlangenlinie. Immer etwas vorbereiten. Dann auch um seinen Bein weiter zu treiben. Aussen rein etwas abfangen. Sonst umstellen. Halt den Schwung, seinen neuen Bein. Schön an unseren Zügen. Super. Super. Genau. Super. Jetzt noch einmal an der nächsten langen Seite ein wenig zulegen. Schön ruhig. Einfach mit dem Schenkel ein wenig in die Fülle treiben. Macht nichts. Mach es noch einmal auf der nächsten Seite. Ui. Jaa. Jetzt ist gut. Jaa. Jetzt ist gut. Jaa. Die nahe. t